Wir sind hier am Samerberg. Hi Leute! Warte, warte, warte! Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute sind wir am Samerberg und heute ist das Chainless Race. Ich bin jetzt schon einmal durchgefahren. Es ist schon ziemlich anstrengend. Nach dem ersten Abstand war ich eigentlich schon fertig. Wir fahren jetzt ein bisschen hoch, machen ein paar Chainless Chips. Und dann sehen wir uns auch im Race fahren. Mit dabei sind Kun Jakob, Leo, der andere Leo und Kameramann. Wenn Jakob Block machst, dann ist es immer so ein bisschen interessant. Lass noch immer einen Block. Wer ist heute noch? Weil... Ich will den nächsten Fakie machen. Ja, ich bin nicht da. Noch eine Fakie-Challenge, Leute. Yo Leute! Wir werden hier sogar fotografiert. Komm, seh du mal. Okay, geh mal weg von hinten. Das ist ein Fakie. Ja, ich hab sie gefangen. Oh, ich hab sie gefangen. Ich gehe hoch. Das war's jetzt mit der tollen Fakie Session. Ja jetzt machen wir noch irgendwie die Banjo Crank. Was ist das? Okay warte. Jetzt. Uh. Ja man. Da kannst du Double Crankflip. Ja Double Crankflip. Ja. Warte. Double Crankflip. Warte warte. Ja knapp geht's dann. Verdammt. Warte. Ist auch funktioniert. Jetzt ist es. So dumm. Backwards fakie. Ja. Backwards manual. Was Bruder? Backwards fakie Jungs. Hast du angepisst? Ja. Als erstes hast du Stress, dass du hochschieben willst und dann stehst du mit dem Weg. Junge Wolf. Warte. Ja warte. Äh Horizon Wheelspin. Ja okay. Was sagst du dazu? 15 oder 11. 15 oder 11? Ja. Ich weiß nicht so richtig. Hey wo in Sommerberg? Ich bin auch in Sommerberg. Ach so geil? Ich soll das mal fahren. Ja safe. Scheiß fett. Kannst du mal was bauen? Das ist gerade eine Lego Hülle. Das ist aber der Baumeister. Ich finde hier meine Lego Hülle. Mega krank. Mega krank. Also würde ich mir ehrlich. Ich muss jetzt meine Chicks mal snappen. Ja. 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 Das war's. Ja. Ja. Junge, der Wind. So, jetzt kurz vor meinem Race Run. Junge, also ernsthaft, ich glaube nicht, dass ich komplett durchhalte. Das ist ja übel anstrengend. Ich glaube nicht, dass ich durchhalte, weil ich dauernd falle. Weil erstens habe ich einen zweiten. Oh mein Gott, mein... Mein Pulli hat sich... Ich mach's jetzt los, Junge. Das war's! Voll! Brauch! Jawoll! Das ist jetzt mal. Gut gemacht. Neu aus geht's! Ja, 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 ja. Das ist ein Schuss! Das ist ein Schuss! Oh, oh, oh. Oh ja. 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 Gerade war es eigentlich ein nice Versuch, aber der Thomas ist leider nur so ein bisschen auf Kamera. Ja, aber jetzt nochmal. Absolut, du, der muss sagen, das ist richtig.